Wieder blockiert Wir müssen dran vorbei Chloe, Achtung! Sie haben ein Geschütz! Halt den Kopf unten! Und los! Und los! Und tschüss! Genau! Ja! Achso! Ja! Wo, 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 wo! Schnell, 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 schnell! Es kommt los, 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 los! Ich lenke ihn ab! Ach, Batsch! Und tschüss! So! Äh! Ähm! Da! Nicht schlecht! Ja, ja! So macht man das, ne? Pass mal auf wieder! So! Wo? Ach so, der! Ja! Boah! Wow! Jawoll! Ja! Du! 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 Ich hab's gehört! Ne? Nein! Raus! 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 Klettern! Ganz genau! Ah! Kannst du was? Hier vielleicht? Nee, geht auch nicht, ne? Toll! Irgendwo hier muss das... Muss das ja sein! Hier vielleicht? Da! Oh! Oh! Vorsicht! Vorsicht! So! Ganz vorsichtig! Da liegt er nämlich! Nein! Kann einfach hoch! Los! Komm hoch! So! Haben wir! Und jetzt wieder zurück! Vorsicht! 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 Oh! Irgendwann ich Münzen! Gut! Mir fällt gerade auf! Ich hab gar keinen... Hab ich irgendwie keine Musik oder sowas? Das geht aber, ne? Aber irgendwie hab ich keinen Sound, ne? Ja, komm los! Durch! Jaaa... Rührt sich nicht! Ich helf dir! Dann los mal! Ich schaff das hier beide! Und? Das ist echt schwer! Jaaa... Los! Ich halt sie! Okay! Jetzt du! Danke! In echt ist sie ja viel größer! Es hör auch zum militärischen Einsatz! Hier! Hilf mir! Sie ist zu schwer! Kannst du sie entschärfen? Wenn ich's versuche, wird sie hochgehen! Okay! Dann Plan B! Nehmen wir uns die Lok vor! Okay! Ich warte gleich mit! Ich komme! Ja, 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 ja! Nochmal! Los! Hoch mit der Tür! Okay! Geh durch! Bitte! So! Okay! Das ist definitiv die Lok! Iiiiii... Hm... Das hast du wirklich... Da auch komme ich nicht, ne? Das hast du wirklich sehr, sehr gut erkannt! So, ganz vorsichtig! Und einen Sprung! Ja... Ähm... Krass! Wir haben sie zugeschweißt! Sch... Alter! Hey! Die Dachluke! Äh... Ja, ja! Die Dachluke im Büro... Äh... Achso! Okay! Komm schon! Los! Los! Komm schon! Los! Jetzt rüber mit dir! Ganz genau! Und? Und? Mach auf die Tür! Oh! Auch zugeschweißt! Es muss noch einen anderen Weg geben! Wenn du eine Idee hast! Ich bin ganz ohr! Ein Stellwerk! Was? Ein weichen Stellwerk! Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen! Okay! Gut! Scheiße! Was? Du kommst hier nicht weg! Gebrochen einen Wagen! Gebrochen! Ja, ja, ja! Mach' ich! 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 Aus mit dir! Was? Scheiße! Und? Los! Ja, ja, ja! jetzt muss zum stellwerk ich hab nicht mehr zeit ja das glaube ich dir die gute frage die liebe mausen okay ist das davon ist so es ist so aus wo sie sich unterfallt nein 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 okay ein schade ist einfach kein rennspiel das muss man auch sagen und raus schon so viel zeit muss sein noch auf dem zug wir müssen die weiche stellen ja wo ist denn das und los so ok das war nix das gibt es doch nicht jetzt aber jetzt so ok kommt zurück zur weiche ja schnell mach komm und los jetzt der satz Mit der Pistole, ja. Äh. Ne, ist es noch nicht. Jetzt geht das richtig los. Hopp. Bamm. So. Komm schon, komm schon. Nicht irgendwann hängenbleiben, nicht irgendwann hängenbleiben. Schnell, 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 schnell. Ja? Ja, so wie immer. Ja, springen. Aber, wie wärs damit? Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, so ungefähr, ne? Äh, Nadine. Äh, Chloé, meine ich Chloé? Oh mein Gott, die Brücke. Shit. Shit. Chloé. Okay. Einfach nur, bitte raus. Ich möchte raus. Okay, ich möchte raus. Einfach. Oh, raus. Komm, raus. Schnell, schnell. Löff da jetzt raus. Los. Oh oh. Ah, saft die Wichser. Äh, oh Heinolin. Was machst du so lange? Musst deinem Zug kriegen, Süße. Tja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschau. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Auf jeden Fall. Zeigt mir, was ihr könnt. Verdammt. Äh. Schnapp ihn hier! Oh. 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 Satt sein. Passt mal auf, jetzt. Ja. Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern. Mann, du bist unerträglich. Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben. Äh. Kämpf gegen mich. Oh. 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 Was.. Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kauf mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Dieben. Deine Leute werden mich auflesen. Oh, was? Oh. Regen! Bringen wir es zu Ende. Oh, was? Oh. Und jetzt sie fach. Los, komm schon. Los. Oh, komm schon. Batsch. So. Bam. Bam. Schuss. Nein, 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 ich nicht, nicht, los. Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Los, komm schon. Oh. Oh. Äh, es ist nicht mein Ende. Pass mal auf, Digga. Ja, ja. Jetzt geht er rein. Oh, guck, guck. Scheiße. Oh, okay. Okay, schnell, 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 schnell. Oh. Jetzt muss ich... Jetzt meldet sich dein Gewissen. Ruf, 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 ruf. Oh, ja, 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 ja. Jetzt runter, schnell, runter, 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 runter. Und wir bleiben auch unten, ja. Und jetzt wieder... Oh, oh, oh. Oh, nein. Nein, 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 nein. Was ist das denn? Alter. Los, komm schon. Los, schlägt. Nadine, Nadine. Äh, Chloe, meine Chloe. Ich mach das nicht in der Arbeit. Och, kacke, warum bist du nicht da hochgesprungen? An den Hirten. Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Mein Krieg wird die Regierung stürzen. Die Schafe brauchen dann einen Hirten. Und du... Öh, was? Ich kenne Frieden mit deinen Göttern. Du Wichser. Ach, nee. Du bist keine Heldin. Okay. Alles klar, das war... Irgendwie war ich langsam, bauen wir was. Patsch. So. So. Und was machen wir jetzt, hm? Lieber sterbe ich tausendmalen, bevor ihr gewinnt. Ah, immer diese Reden, ne? Äh. Patsch. Bam, 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 los. Patsch. Und, komm schon, los. Bam. So. Mhm. So. Oh, oh. Ich komm schon, los. Bam. Bam. Und jetzt, hopp, drauf, Mädels, los. Ja. Wir sind hier fertig. Mhm. Mhm. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben. Wie der junge König, habt auch ihr nichts erreicht. Wie du schon sagtest. Fortschritt. Verlangt Opfer, nicht wahr? Fraser. Wir müssen hier weg. Ach, du mieser Stück Scheiße. Lauf. Äh. Los, komm. Los, ja. Ja, wir laufen. Ähm. Und, komm. Ach, pop, schnell, schnell, schnell. Das schaffen wir. Ja, klar. Komm. Oh, oh. Und, und. Komm schon. Los, los, los. Los, los. Los, los, los. Und. Ja. Jo. Alter. Mach's gut, Arthur. Saft. Bis Geschichte. Scheiße. Könntest du vielleicht mal raufklettern? Bitte? Verdammt. Oh, Sam. Geh klettert rauf, ich helfe euch. Oh, mein Gott. Alles Muskeln. Das behaupten alle. Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das hab ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und, äh. Weil wir gut sind. Er war noch im Zug. Tja, er hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an. Wow. Yep. Wir haben's geschafft. Wie war? Ja. Und? Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du dir Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Echt jetzt? Echt jetzt? Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen? Also... Nicht du. Okay. Ah. Sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Wo ist der Schuss, Sam? Habt ihr... Oh, mein Gott. Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht... Au! Okay. Oh, Mann. Das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel... Wie viel, meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja... Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen... großzügigen... Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Elbum. Hm. Ahaha. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Ja. Geil. Schön. Ja. So, meine lieben Freunde. Damit haben wir auch das Uncharted-Abenteuer abgeschlossen. Und ich fand, das war heute ein sehr, sehr guter, gelungener Teil. Auf jeden Fall. Und ich bin noch vor allem gespannt. Ich meine, die Sache mit Nate und Drake ist ja... ähm... abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht aus... in die Seite noch irgendwas kommt, ne? Mit dem Chloe und Radin vielleicht. Oder mit Sam. Immer wieder schön. Ich fand's auf jeden Fall ein wundervolles Abenteuer. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat's auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Und... In diesem Sinne sage ich nur noch... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mitanschauen. Und... Tja, ich hoffe doch, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ah, stimmt. Da war ja noch was. Übernachtung mit Pizza essen. Ich hab's. Privat. Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich verstehe ja echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirbt den Moment nicht. Stimmt. Sie hat's versprochen. Also gut. Okay. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Danielco. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.